Die Verteidigung Die Verteidigung Ja, Hatsch Lass mal Ja, Battle at Burgau Runde 1 Das nächste Battle Adrian Fritz gegen Gerhard Glein Die Regeln Ja, Flat Ground only Die ganze, das andere kennt ihr Wichtigstes, der gepoppte Trick Muss auch gepoppt nachgemacht werden Ansonsten, letzte Buchstabe Okay, zwei Versuche, mehr gibt's nicht. Rochambeau, wir werden beginnen. Wer fährt? Special Schiri heute. Ein bisschen parteiisch, oder? Oh, fuck. Oh, fast. Ohoho. Ohoho. Was ist das? Gut, gut, gut. Oh! Oh, was ist das denn für mich? Hau rein!